Vorziehen, wenn ich sage ziehen, dann zieht ihr mit voller Kraft die Hülle da runter, nach da. Geht weiter, 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 straff ziehen! Ziehen! Alle Mann an Seil, alle Mann ziehen! 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 Geh mal zu dir! Kein Mann! Kein Mann! Kein Mann! Kein Mann! Kein Mann! Kein Mann! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also wenn man neue Geschwindigkeiten hat, dann stoppt die. Wir hatten aber vorhin oben schon mal Null. Können wir jetzt nur was mehr gewesen sein. Herrlich, ne? Weißt du, einen Platz hätten wir, was ich finden kann? Ich gucke mal, dass der Verwölzer da ist. Lass mal ein bisschen kommentarieren. Schön gesehen eigentlich. Oh, da ist hier Trotzhahn. Was? Da ist Trotzhahn. Trotzhahn. Wir müssen hier gucken, wo der einnimmt. Komm her. Soll ich da hin machen? Das ist ja ganz groß. Jetzt haben wir schon drauf. Das macht man jetzt. Der wird auch wieder laut. So, also eine Strecke. Die Strecke. Zeig mal, wie wir die Strecke anlassen. Das ist ein bisschen länger. Da sind wir jetzt durchgelegt. Da sind wir jetzt durchgelegt. Wir sind auf jeden Fall nicht weit von der Straße weg. Also vorne von der... Der Moritz kann das bestimmt. Moritz. Kommst du klar hier? Jetzt kriegst du es mal. Ich mach mal. Ja, nein, mach du das mal. Das ist die Strecke, die wir jetzt ansehen. Die sind jetzt durchgelegt. Doch, die ist ja auch hier. Doch, die ist ja auch hier. So, man geht auch hier. So, man geht auch hier. So, man geht auch hier. Der kommt auch nicht durch. Im Moment. e Mal. Ach guck. Da ist immer noch nützlich. Ja, da ist immer noch nützlich. Ja, da ist immer noch nützlich. Ja, da ist immer nützlich. Da ist nicht mehr nützlich. Mhm. Ja, da hat es. Doch, immer reiten wir uns noch mal kalt. Ja, also hier hinten den Berg wahrscheinlich. Ja, also hier hinten den Berg wahrscheinlich. Da ist immer noch nützlich. Also hier, die Straße, Tur, am Steinbruch. Höhe Steinbruch. Da ist noch nützlich da oben, plötzlich überrascht. Nee, da ist noch nützlich da oben. Da ist noch nützlich da oben. Da sieht man da, da hat er kein Netz. Jetzt kommt noch nützlich. Wenn du da rüberkommst. Ja, da ist noch nützlich da. Ich kann so nützlich da. Ja, da ist noch nützlich da oben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.